kurzer nachschlag zum live stream von ja gute frage wahrscheinlich vorgestern inzwischen ja wie schnell ich geschnitten bekomme ich hab das ding was ich designt hab dann mal versucht zu drucken und ja da kam so ein halber donald trump hier raus ja das ding hat sich halt von der platte gelöst unten während dem druck und naja der rest ist nur dann noch mal versucht das kam schon besser raus auch da allerdings ein kleiner bug und zwar habe ich da etwas nicht bedacht nämlich ich hatte den infill entfernt komplett was dann aber gleichzeitig heißt dass diese äußeren ringe in die die münzen kommen sollen in der luft schweben ja gut das geht natürlich nicht so gut aber immerhin wir haben einen druck und ich denke damit können wir es relativ gut testen und ich kann es schon mit dem auge sehen dass da kommt definitiv nicht hin aber diesmal habe ich dann auch ein paar münzen da gucken zwei cent hätte eigentlich hier hingehen sollen das passt da definitiv nicht das ist zu dünn hier 50 cent 50 cent war der hier nach da sehen wir eindeutig selbst wenn wir jetzt sagen okay das ist ein bisschen verrutscht beim druck das passt definitiv nicht da rein wenn wir hier gucken also das hat alles nicht so wirklich geklappt genauso hier die zwei euro stücke das passt auch mit gutem willen nicht rein also ja ihr hattet recht wenn man etwas mit dem 3d drucker auf maß druckt das geht irgendwie schief nun gut lesson lernt also ich denke ich werde jetzt hingehen nein nicht in slicer wechseln weil dazu bin ich zu faul dann müsste ich lernen ich würde einfach hier der euro ring der ist schön geworden das heißt den werde ich einfach mal ausmessen jetzt was der innendurchmesser ist mir dann angucken was der euro eigentlich haben sollte und dann entsprechend das ding hoch skalieren und vor allen dingen probieren das ding hier mal von glas runter zu bekommen denn ich weiß natürlich da das sich gelöst hatte hier bei dem extra ein bisschen stärker dran und habe geguckt dass es hält dummerweise hält zu gut naja gut wird schon denn ich bin